Heute spielen wir die Map Illogical Minecraft. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale Parcours-Map, aber glaubt mir, nichts ist hier normal. Denn wie der Name schon vermuten lässt, ist hier einfach alles unlogisch und überhaupt nichts ergibt Sinn. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da lassen, außerdem verpasst ihr so kein Video mehr. Und kommentiert auch gerne mal, ob ich in meinen Videos öfter solche Maps spielen soll. Jetzt aber viel Spaß mit Illogical Minecraft Part 1. So Freunde, ihr seht schon im Hintergrund, ich bin auf der Map Illogical Minecraft. Und das soll eine Map sein, in der scheinbar überhaupt nichts Sinn ergibt und die den Kopf komplett zerstören soll. Wir haben hier auch ein Hint-Book, das ist sehr nice. Also falls wir irgendwie nicht weiterkommen bei den Rätseln, gibt's auf jeden Fall Hinweise. Und insgesamt scheint es 8 Level zu geben, ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. So Freunde, wir starten jetzt aber mal und klicken hier auf diesen Knopf, der einfach in der Luft schwebt. Das ist ja schon unlogisch, aber ich glaube, uns erwartet gleich noch viel mehr, was unlogisch ist. Okay, Tutorial, How to Play. Okay, also wir haben hier zwei Säulen. Einmal Go to Next Level und einmal Die. Und normalerweise würde man ja sagen, yo, Go to Next Level. Aber wir sind ja hier auf einer unlogischen Minecraft Map. Das heißt, Sinn ergeben würde eigentlich nur, auf Tod zu klicken. Ich probiere aber trotzdem mal aus, was passiert, wenn ich auf Go to Next Level klicke. Let's go. Okay, wir sterben und im Chat steht, are you kidding me? Na gut, dann klicken wir auf sterben. Rechts seht ihr, dass wir im ersten Level sind und wir sind auf einem einzigen Block im Void. Vor uns ist ein Knopf, aber der ist so weit weg, dass wir da ganz sicher nicht rankommen. Und unten, okay, sind Command Blocks. Ich glaube, die sollten wir eigentlich nicht sehen. Naja, ich probiere trotzdem mal, da irgendwie hinzuspringen und so vielleicht den Knopf zu drücken. Let's go. Warte, was? Hä? Oh, okay. Gut, hier sind Barrier Blöcke und wir können einfach drüber laufen. Das war auf jeden Fall unlogisch. Hätte gedacht, wir müssen springen, aber den Sprung hätte ich gar nicht geschafft. Okay, let's go, wir drücken auf den Knopf und werden geportet. Und schon sind wir in Level 2, das ging ziemlich easy. Okay, okay, Freunde, ich verstehe, was sie uns hier sagen wollen. Man denkt natürlich, yo, du musst hier diesen Weg... Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Logisch wäre natürlich, dass man den Weg hier geht. Und unlogisch wäre, dass man einen anderen Weg geht und genau das machen wir. Okay, hier links können wir scheinbar nicht vorbei. Ich sneak jetzt einfach so lange am Rand, bis ich irgendwo einen Barrier Block finde. Okay, es gibt keine Barrier Blöcke, das ist schon mal super. Okay, was wäre unlogisch? Indem wir hier einfach reinspringen, Zwoid. Okay, ja, das war unlogisch, weil wir sterben einfach. Wie sollen wir das machen? Einfach nochmal rüber laufen? Nee, also wenn wir auf dieses rote Ding springen, sterben wir immer. Okay, das haben wir nicht geschafft. Vielleicht, wenn wir hier rüber gehen? Nee. Okay, also das erste Level war so einfach und das hier ist schon so schwer. Sagt uns nicht das Muster vielleicht was? Nee. Ich will aber auch nicht im ersten richtigen Level schon das Hilfebuch benutzen. Oh Mann, ich kann doch nicht am ersten Level schon übelste Probleme haben. Aber es ist wirklich verdammt schwer. Wie kommen wir zu dem Knopf da hinten? Okay, nee, doch nicht. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwas im Inventar. Wobei, nee, Freunde, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir uns... Ja, oh, Freunde, wir können uns durchsneaken. Wenn wir uns einfach am Rand sneaken. Okay, okay, so funktioniert das Ganze. Also wenn wir uns langsam an den Rand sneaken, dann stehen wir eigentlich nicht richtig auf dem Block. Und so sterben wir dann scheinbar auch nicht. Wenn ich einfach vorsichtig bin. Oh, Freunde, das ist es. Ich bin einfach ein Genie. Okay, wir haben es geschafft. Ich drücke den Knopf und wurde geportet. Level 3. You need a button. Okay, wir brauchen einen Knopf. Und wir haben einen Stick auf dem Kopf. Jo, wir haben einfach einen Stock auf dem Kopf. Das heißt, das können wir uns nehmen. Warte, was stand da gerade? Lol, dachtest du wirklich, das ist so einfach? Äh, ja? Ich dachte schon, die Map wird einfacher. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schwer ist. Vielleicht, wenn wir das da hinwer... Okay, doch nicht. You need a button. Okay, okay, okay. Vielleicht ist unter der Map irgendwas? Ja, ich wusste es. Freunde, ich bin so clever. Unter der Map ist eine Kiste. Da müssen wir hin. Ich weiß nur nicht, was wir mit dem Stick machen sollen. Aber egal, wir springen unter die Map und versuchen es einfach mal. Die Kiste zu looten. Okay, hier sind unsichtbare Blöcke. Das heißt, wir können easy an die Kiste. Nein, können wir nicht. Irgendwie sind da noch unsichtbare Blöcke zwischen der Kiste. Wow. Wir müssen einfach aufstehen. Wir stehen auf unsichtbaren Blöcken. Und jetzt können wir die Kiste öffnen und bekommen den Knopf. Und den kann man nur auf Diablöcken placen. Und das ist ja genau das, was wir da oben haben. Das heißt, das letzte Mal sterben in diesem Level. Let's go. Okay, perfekt. Der Knopf wird platziert. Und wir porten uns ins vierte Level. Okay, wir haben hier ein einfaches Jump'n'Run. Also sieht erstmal so aus. Und was soll da schon groß dabei sein? Ich spring einfach ganz normal. Okay, also das Jump'n'Run ist scheinbar nicht so einfach. Wir können hier nicht einfach drauf springen. Denn dann werden wir einfach durchgeportet. Okay, vielleicht ist es wie bei Squid Game. Und wir müssen uns für den linken oder rechten Block entscheiden. Ich nehme den rechten. Und der ist at Nevermind. Okay, also die ersten beiden Blöcke haben nicht funktioniert. Der letzte? Nee, da werden wir auch durchgeportet. Aber gerade wurde ich bei dem einen nicht geportet. Zumindest nicht direkt. Weil ich auf dem Rand stand. Aber das kann ja nicht wieder die Lösung sein, oder? Müssen wir schon wieder an den Rand? Weil dann schaffen wir das natürlich easy. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen schon wieder an den Rand. Warte, hier sind unsichtbare Blöcke. Okay, okay, das ergibt Sinn. Wir dürfen über... Also es ergibt natürlich keinen Sinn, aber irgendwie schon. Wir dürfen überall hin, außer auf die Stufen. Weil hier sind unsichtbare Blöcke. Und ab ins fünfte Level damit. Okay, das sieht kompliziert aus. Wir müssen höchstwahrscheinlich da oben hin. Ja, da ist der Knopf. Und wir haben hier zwei grüne Dinger und eine Kiste mit einer Glasscheibe. Okay, ich halte das mal in der Hand. Da passiert nichts. Kann ich das irgendwo platzieren? Auch nicht. Ich weiß nicht, was mir das Ding sagen soll. Ist hier irgendwo wieder ein unsichtbarer Block? Okay, irgendwie müssen wir da durchschauen. Rechts funktioniert das nicht. Oh, in der linken Hand hat es funktioniert. Jetzt ist es weg. Ich halte es in der linken Hand. Und jetzt sehe ich Sachen, die davor gar nicht da waren. Okay, auf den Kopf kann ich es mir zum Beispiel nicht setzen. Aber in der linken Hand funktioniert es. Und jetzt können wir ganz easy das Jump'n'Run machen. Was? Ganz. Ah, nee, okay. Oh, Freunde. Guck mal, der Sprung sieht jetzt natürlich unmöglich aus, was er, glaube ich, auch ist. Aber wenn wir uns jetzt hier auf den grünen Block stellen, der ja davor da war, und jetzt das lilane Ding wieder aus der Hand nehmen, sind ja die Blöcke wieder weg. Und jetzt springen wir hier rüber auf den Block, nehmen die Scheibe wieder in die Hand und jetzt sehen wir wieder normal. Also, jetzt sehen wir wieder die lilanen Dinge. Der Knopf ist jetzt weg. Wir nehmen die Scheibe aus der Hand und können den Knopf drücken. Also, bis jetzt muss ich sagen, habe ich alle Level easy gemeistert. Also, ganz so einfach war es nicht, aber ich habe es irgendwie geschafft. Okay, das reicht mir. So, okay, wir sind in Level 6 und das sieht sehr chaotisch aus. Das sieht aus wie mein Zimmer. Da drüben steht, you need the button right here. Okay, also wir müssen da wieder einen Knopf hinsetzen. Die Frage ist nur, wo dürfen wir drüber laufen? Über das rote Zeug. Wir können über das rote Zeug laufen. Und über das gelbe auch. Ich dachte, das rote Zeug tötet uns wieder. Okay, wir müssen einfach irgendwo einen Knopf finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, hier unten ist eine Kiste und da ist der Knopf drin. Hä? Das Level ergibt doch voll Sinn. Das war doch überhaupt nicht schwer. Wir können ihn nicht platzieren. Warum können wir den Knopf nicht platzieren? Oh, wir können die Wolle zerstören. Okay, Freunde. Ich bin einfach clever. Level 7. Okay, sieht wieder aus wie ein normales Jump'n'Run. Ich kann mir schon denken, dass wir nicht einfach auf die Blöcke da springen können. Aber ich probiere es natürlich drauf. Was? Es hat funktioniert. Gehen auch die Blöcke vor? Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Na, klasse. Okay, also das war schwer. Also wir können hier auf den ersten schon mal drauf. Vor dem zweiten ist eine unsichtbare Wand. Vor dem hier auch. Okay. Vielleicht ist es jetzt das Squid Game Ding, was ich vorhin angesprochen habe. Und jetzt gehen wir mal zu dem ganz rechts. Und das funktioniert. Okay, Freunde. Ich wusste es. Immer nur ein Block ist richtig. Ich nehme jetzt mal den hier. Okay, der ist falsch. Also wir nehmen den, den. Vielleicht der direkt vor uns. Nee, das wäre auch zu einfach. Hier hin. Dann hier hin. Und dann hier rüber. Das ist der einzig... Okay, doch. Das funktioniert. Der Sprung war einfach nur schwer. Okay, jetzt hatten wir einmal den hier. Einmal den. Das heißt, jetzt muss es der Block in der Mitte sein. Er ist es nicht. Okay, also wenn es der Block nicht ist und die beiden hier auch nicht, dann kann es ja nur noch der hintere Block sein. Und wenn hier unsichtbare Blöcke sind, wird das ein verdammt schwerer Sprung. Okay, ich schaffe den. Ich habe es wirklich geschafft. Aber wo müssen wir jetzt hin? Hier ist ein Slime. Okay. Wir müssen irgendwie die Leiter hochklettern. Aber die Leiter ist hier. Das heißt, wir müssen hier eigentlich ran können. Okay, das geht. Jetzt hier hin? Das geht nicht. Also ich glaube, es geht. Ich habe nur ein bisschen verkackt. Ich glaube, wir müssen von außen ran springen. Das ist der Fehler. Okay, nächster Versuch. Ich glaube, von hier dann nach außen lang. Okay, das war richtig. Und dann können wir hier drauf. Oh, nee. Dann hier zurück. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe die Map einfach ein bisschen überschätzt. Ich kann... Warum springt der nicht? Oh, die Map macht mich fertig. So, Speedrun. Ich speedrun in die unlogische Minecraft-Map. Das haben wir geschafft. Hier wieder hoch. Das ist machbar. Dann hier die Leiter hochklettern. Klappt. Wir waren noch nie so hoch. Okay, und vielleicht müssen wir hier an die Leiter. Also auf jeden Fall müssen wir hier an die Leiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob hier ein unsichtbarer Block ist oder nicht. Ich probiere es einfach. Bitte sei richtig. Ja. Oh, mein Gott. Ja. Es hat gestimmt. Sonst müssen wir hier nur um die Ecke. Das geht auch. Können wir hier drauf? Ja. Okay. Okay, Freunde. Wir sind ganz oben. Jetzt müssen wir nur noch auf den Slime und da hoch. Oh, Gott. Ich hoffe, ich verkack es nicht. Let's go. Bitte, 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 bitte. Nein. Oh, mein Gott. Nein. Okay. Nächster Versuch. Okay, also immerhin weiß ich jetzt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn ich verkacke. Ich kann es einfach nochmal probieren. Und es schaffen. Ich habe es geschafft. Ach, du Kacke. Okay, wir haben jetzt zwei Knöpfe. Einmal Checkpoint und einmal Kill Yourself. Oh, mein Gott. Ich hoffe, auch bei den Sachen ist es unlogisch. Okay, ich drücke Kill Yourself. Weil es ist eine unlogische Minecraft-Map und da ist ja eigentlich alles im Gegenteil. Ich riskiere es trotzdem. Bitte, 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 bitte. Es ist einfach gar nichts passiert. Oh, mein Gott. Jetzt weiß ich nicht, ob es geklappt hat. Ich drücke auf Checkpoint. Es war so klar. Ah, nee, aber ich habe ja davor den Checkpoint gesetzt. Freunde, ihr habt es hier mit dem cleversten Minecraft-Spieler aller Zeiten zu tun. Okay, also wir sind hier immer noch im Level 7. Also wir sind hier immer noch im Level 7, aber haben immerhin einen Checkpoint. Das heißt, wir müssen dieses komische Level nicht mehr spielen. Sondern jetzt geht es weiter mit dem Eis. Warte, ist da alles normal? Nee, das ist jetzt nicht der Ernst. Hm, ich glaube, du hast was vergessen. Vielleicht einen Knopf? Ja, Mann, ich habe einen Knopf vergessen, aber ich will nicht nochmal das Level spielen. Oh, da ist der Knopf. Oh mein Gott, ich dachte, ich muss das Level nochmal spielen. Aber ich habe es geschafft. Der Knopf ist da und wir gehen ins letzte Level. Okay, Level Nummer 8. Das sieht sehr kompliziert aus. Okay, wir haben einen Infinity-Bogen und einen Pfeil. Und wir haben ganz viele Lampen mit Knöpfen. Und ich weiß, das klingt eigentlich logisch, aber ich denke, wir müssen alle anschießen. Also, let's go. Erste an, zweite an, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und die 13. Ah, nee, und die 14. Äh, hallo? Kann bitte was passieren? Hallo? Ich habe alle Lampen angeschossen. Wir haben irgendwas vergessen, aber was? Diesmal haben wir nichts auf dem Kopf oder so? Okay, das ist blöd. Vielleicht ist irgendwas mit dem Boden, aber den kann man auch nicht zerstören. Was habe ich falsch gemacht? Sechs, eineinhalb Stunden später. Freunde, ich will nicht mehr. W-w-was? Okay, also, dass das jetzt die Lösung vom letzten Rätsel war, ist ein bisschen komisch. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Part von Illogical Minecraft durchgespielt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Das supportet mich wirklich extrem und ihr verpasst keine Videos mehr. Und kommentiert auch gerne mal, ob ich öfter solche Adventure-Maps spielen soll. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.